Sicher kennen Sie folgende Situation. Sie haben eigentlich gut geschlafen, doch sobald der Wecker läutet, quälen Sie sich aus dem Bett und fühlen sich den ganzen Tag überschlapp. Der Grund? Wahrscheinlich sind Sie nicht zum idealen Zeitpunkt aufgewacht. Hier kann ein Schlafcomputer helfen. Der Mensch verbringt etwa ein Drittel seines Lebens schlafend. Denn in dieser Zeit regeneriert und erholt sich der menschliche Organismus. Schlaf ist somit entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden. Trotzdem fühlen sich viele am Morgen unausgeschlafen und schleppen sich durch den Tag. Die Dauer der Zeit im Bett sagt nichts aus darüber, wie erholt oder wie gut wir geschlafen haben. Der Schlaf ist ein sehr sensibler Indikator für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Es gibt sehr viele Erkrankungen, die den Schlaf beeinträchtigen. Oft ist es so, dass wir entweder nicht einschlafen können oder zumindest nicht durchschlafen können oder zu früh aufwachen. Diese Störungen können sehr, sehr häufig auch durch psychische Belastungen ausgelöst werden. Zum Teil aber auch durch wechselnde Schlafmuster, wenn man immer wieder zu verschiedenen Zeiten zu Bett geht oder aufstehen muss. Liegt aber keine Erkrankung zugrunde, sondern man wacht vereinfacht ausgedrückt zum falschen Zeitpunkt auf, kann ein kleiner Schlafcomputer helfen. Der Sleep Tracker ist im Prinzip ein kleines Schlaflabor, das man am Handgelenk wie eine ganz normale Uhr trägt. Dieses Gerät zeichnet die Schlafphasen auf durch einen Bewegungsmelder und hat somit die Möglichkeit, uns ein Alarmzeichen zu geben zum Aufstehen in diesen Phasen, wo wir schon leicht wach sind. Das heißt, wir werden nicht aus Tiefschlafphasen herausgerissen, sondern zu gewissen Zeiten, wo wir schon fast wach sind. Dadurch wird das Erwachen leichter und man fühlt sich wesentlich besser, als wenn man in Tiefschlafphasen aufgeweckt wird. Dieser kleine Schlafcomputer ist einfach zu bedienen, ähnlich einer Armbanduhr. Innerhalb weniger Minuten ist man mit dem Funktionsprinzip vertraut. Besonders geeignet, denke ich, sind Menschen, die aufgrund beruflicher oder familiärer Umstände mit wechselnden Schlafzeiten zu tun haben und darunter leiden. Ich denke an Studenten, die oft in der Nacht lernen müssen, Mütter, die mit Kindern und Haushalt immer wieder geweckt werden und zu verschiedensten Zeiten schlafen müssen. Ich denke auch an Reisende, Flugreisende, die das Problem des Jetlags in den Griff bekommen wollen oder auch Leute, die in abwechselnden Perioden mit Nachtdiensten zu tun haben, Schichtarbeiter zum Beispiel. Wichtig ist allerdings zu betonen. Mir ist es wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass der Sleep Tracker eine gute Methode ist, sich selbst und seine Schlafzyklen ein bisschen besser kennenzulernen. Es ist jedoch in dem Sinn kein Medikament, um Schlafstörungen zu heilen. Im Prinzip sollten Sie gesund sein, um von einem Sleep Tracker profitieren zu können.